Als er aber herabstieg vom Berge, folgten ihm viele Scharen, und siehe, ein Aussätziger kam herzu, betete an vor ihm und sagte, »Herr, so du willst, kannst du mich reinigen?« Und seine Hand ausstreckend rührte er ihn an und sagt, »Ich will, sei gereinigt!« Und sofort ist sein Aussatz gereinigt, und es sagt Jesus zu ihm, »Sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeig dich selber dem Priester und bringe die Nahgabe da, die Moses anordnet, ihnen zum Zeugnis.« Da er aber hineinkam nach Kapernaum, kam ein Hauptmann zu ihm, der sprach ihm zu und sagte, »Herr, mein Knabe ist niedergeworfen im Hause, gelähmt und zum Verzagen gequält.« Und er sagt zu ihm, »Ich werde kommen, auf das er genese.« Und als Antwort entgegnete der Hauptmann, »Herr, nicht gut genug bin ich, dass du eingehst unter mein Dach, sondern sage nur ein Wort, und mein Knabe wird geheilt sein.« Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untergeordnet und habe Krieger unter mir selber. Und ich sage zu diesem, »Geh hin«, und er geht, und zum anderen, »Komm her«, und er kommt, und zu meinem Sklaven, »Tue dies«, und er tut es.« Da aber Jesus es hörte, staunte er und sagte zu denen, die folgten, »Wahrlich, ich sage euch, bei niemand in Israel fand ich so viel Glauben. Ich aber sage euch, viele werden eintreffen vom Osten und Westen und zu Tische sich lagern mit Abraham und Isaak und Jakob im Königreiche der Himmel. Die Söhne des Königreichs aber wird man hinauswerfen in die äußere Finsternis. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne. Und es sagte Jesus dem Hauptmann, »Geh hin, wie du glaubst, so geschehe dir!« Und geheilt war der Knabe zu jener Stunde. Und der Hauptmann, zurückkehrend in sein Haus zu derselben Stunde, fand den Knaben gesund. Und da Jesus in das Haus des Petrus kam, gewahrte er seine Schwiegermutter niedergeworfen und fiebernd, und er rührte ihre Hand an, und es verließ sie das Fieber. Und sie erhob sich und diente ihm. Da es aber Abend geworden, brachten sie zu ihm viele dämonisch Besessene, und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Und alle, die übel dran sind mit Krankheit, ließ er genesen, damit erfüllt werde, was geredet ist durch Jesaja, dem Propheten, der da sagt, »Er nahm auf sich unsere Gebrechen, und er ist's, der die Krankheiten trägt.« Da aber Jesus um sich her viele Scharen gewahrte, befahl er hinzufahren nach dem jenseitigen Ufer. Und herzukommend sagte einer, ein Schriftgelehrter zu ihm, »Lehrer, folgen werde ich dir, wohin du auch gehst.« Und es sagt Jesus zu ihm, »Die Schakale haben Bauer, und die Flügler des Himmels ihren Unterschlupf. Der Sohn des Menschen aber hat nicht, wo er das Haupt hinlege.« Ein Anderweidiger aber von den Jüngern sagte zu ihm, »Herr, gestatte mir zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben.« Jesus aber sagte zu ihm, »Folge mir und lasse die Toten begraben ihre Toten.« Und als er in das Schiff einstieg, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, ein großes Beben ward in dem Meer, so daß das Schiff von den Wogen bedeckt war. Er aber schlief, und herzukommend weckten sie ihn und sagten, »Herr, rette uns, wir kommen um!« Und er sagte zu ihnen, »Was seid ihr verzagt, Kleingläubige ihr!« Dann sich erhebend schallt er die Winde und das Meer und es ward eine große Stille. Die Menschen aber staunten und sagten, »Was für ein Mensch ist dieser, daß auch die Winde und das Meer ihm gehorchen!« Und da er kam an das jenseitige Ufer in die Gegend der Gergisena, begegneten ihm zwei dämonisch Besessene aus den Gräbern herauskommend, sehr gefährliche, so daß keiner durch jenen Weg vorbeizukommen vermochte. Und siehe, sie schrien und sagten, »Was ist zwischen uns und dir, du Sohn Gottes? Kamst du her, vor der gebührenden Zeit, uns zu quälen?« Es war aber ferne von ihnen ein Auftrieb von vielen weidenden Schweinen. Die Dämonen aber sprachen ihm zu und sagten, »Wenn du uns austreibst, so schicke uns in den Auftrieb der Schweine!« Und er sagte zu ihnen, »Geht hin!« Da sie aber ausfuhren, ging sie in die Schweine, und siehe, es stürmt der gesamte Auftrieb den Abhang herab in das Meer, und sie starben in den Wassern. Die sie weideten, aber flohen und gingen hin in die Stadt, und verkündeten alles, und das von den dämonisch Besessenen. Und siehe, die gesamte Stadt kam heraus, Jesu entgegen, und ihn gewahrend sprachen sie ihm zu, damit er weitergehe von ihren Grenzen. Und in ein Schiff steigend, fuhr er hinüber und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten ein Gelehmten zu ihm, auf ein Lager niedergeworfen. Und Jesus, da er ihren Glauben gewahrte, sagte zu dem Gelehmten, »Fasse Mut, Kind! Erlassen sind deine Sünden!« Und siehe, etliche von den Schriftgelehrten sagten bei sich selbst, »Dieser lästert!« Und da Jesus ihre Überlegungen wahrnahm, sagte er, »Warum überlegt ihr Böses in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, »Erlassen sind deine Sünden?« Oder zu sagen, »Erhebe dich und wandle!« Auf das ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu erlassen!« Dann sagte er zu dem Gelehmten, »Erhebe dich, »Erhebe dich, nimm auf dein Lager und geh hin in dein Haus!« Und er erhob sich und ging hin in sein Haus. Da aber die Scharen es gewahrten, fürchteten sie sich und verherrlichten den Gott, der da gibt solche Vollmacht den Menschen. Und da Jesus von dort vorüberging, gewahrte er einen Menschen auf dem Zollamt sitzend, Matthäus benannt. Und er sagte zu ihm, »Folge mir!« Und aufstehend folgte er ihm. Und er befand sich in dem Hause zu Tische liegend, und siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und lagen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Und die Pharisäer es gewahrend sagten zu seinen Jüngern, »Weshalb istet euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern?« Da er es aber hörte, sagte er, »Nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die übel dran sind mit Krankheit. Wenn ihr aber gegangen, lernet, was das sei. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, denn nicht kam ich zu Berufen Gerechte, sondern die Sünder.« Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, »Weshalb fasten wir und die Pharisäer viel, deine Jünger aber fasten nicht?« Und es sagte Jesus zu ihnen, »Nicht können die Söhne des Brautgemachs trauern, solange als der Bräutiger mit ihnen ist. Kommen werden aber Tage, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie fasten.« Niemand aber flickt ein Flicken eines ungeweigten Lappens auf ein Kleid, das alt ist, denn seine Füllung nimmt weg von dem Kleide und der Riss wird ärger. »Noch tut man jungen Wein in Schläuche, die alt sind, andernfalls aber bersten die Schläuche, und der Wein wird vergossen, und die Schläuche kommen um. Sondern man tut jungen Wein in Schläuche, die neu sind, und beide werden erhalten.« Als er dieses zu ihnen sprach, siehe, da kam einer, ein Oberster herzu, betete an vor ihm und sagte, »Meine Tochter verscheidet jetzt, jedoch komm, lege deine Hand auf sie, und sie wird leben.« Und Jesus erhob sich und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, ein Weib, blutflüssig seit zwölf Jahren, kam herzu von hinten und rührte die Quaste seines Kleides an, denn sie sagte zu sich selbst, »So ich nur sein Kleid anrühre, werde ich gerettet.« Jesus aber wandte sich, gewahrte sie und sagte, »Fasse Mut, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet.« Und gerettet war das Weib von jener Stunde an. Und da Jesus in das Haus des Obersten kam und die Flötenspieler und den Haufen Gewahrte, viel Tumult machend, sagte er, »Macht euch davon, denn nicht starb das Dünnlein, sondern es schläft.« Und sie verlachten ihn. Als aber der Haufe hinausgetrieben war, kam er hinein und fasste ihre Hand und das Dünnlein erwachte. Und dieses Gerücht ging aus in jenes ganze Land. Und da Jesus von dort vorüberging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sagten, »Abarme dich, unser, du Sohn Davids!« Da er aber kommt in das Haus, kommt zu ihm die Blinden und es sagt Jesus zu ihnen, »Glaubt ihr, ich könne dies tun?« Sie sagen zu ihm, »Ja, Herr!« Dann rührte er ihre Augen an und sagt, »Nach eurem Glauben geschehe euch!« Und ihre Augen wurden aufgetan. Und Jesus bedrohte sie und sagte, »Gehe zu! Lasset niemanden es erfahren!« Da sie aber herauskam, machten sie ihn ruchbar in jenem ganzen Land. Da sie aber herauskam, »Siehe!« Da brachten sie zu ihm einen Taubsturm, dämonisch besessen. Und da der Dämon ausgetrieben war, sprach der Taubstumme. Und es staunten die Scharen und sagten, »Noch nie ist es also erschien in Israel!« Die Pharisäer aber sagten, »Durch den obersten der Dämonen treibt er aus die Dämonen!« Und Jesus führte sie umher in Einstädten und Dörfern, lehrend in ihren Synagogen und heroldend das Evangelium vom Königreich und ließ von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit genesen. Da er aber die Scharen gewahrte, jammerte ihn derselbigen, denn sie waren geschunden und umhergestoßen als wie Schafe, die keinen Hürden haben. Dann sagte er zu seinen Jüngern, »Ernte zwar ist viel, der Werker aber sind wenige. Fleht nun an den Herrn der Ernte, damit er Werker hinaustreibe in seine Ernte.« Sei achtsam! Du bist ein Verwalter des Talers, der dir zugewiesen wurde. Deine Ausgaben sind eine Reflexionsfläche, die offenbart, woran dein Herz hängt. Sei wachsam! Gaukler, Händler und Schauspieler können dich vom geraden Weg abbringen. Vielen Dank für den Rat! Du bist ein Engel in der Not! Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf Fibelzeit.de und